Bonsoir und guten Abend. Vier Tage nach den Attentaten von Paris läuft die Suche nach Tätern und Hintermännern weiter auf Hochtouren. Fünf der sieben getöteten Terroristen sind inzwischen identifiziert in Frankreich und Belgien, aber auch in Deutschland gab es verneue Festnahmen. Frankreichs Bitter um militärischen Beistand wurde von allen EU-Ländern angenommen, eine Premiere in der Geschichte der Europäischen Union. Und Russland bestätigt, dass das im Oktober über dem Sinai abgestürzte Passagierflugzeug Ziel eines Terrorangriffs war, der auch auf das Konto der Terrormiliz IS gehen soll. Doch zuerst diese Bitter. Und es werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Sicherheit des Landes zu erhöhen. Morgen soll der Ausnahmezustand offiziell auf drei Monate ausgeweitet werden. 8.500 neue Stellen sollen im Sicherheitsapparat geschaffen werden. Und es wird erwägt, in Bahnhöfen künftig Sicherheitsschleusen aufzustellen. Unterdessen suchen Polizei und Sondereinheiten fieberhaft weiter nach noch flüchtigen Tätern und den Drahtziehern der Attentat. Über den Stand der Ermittlungen David Arnold. Ja, und im Gedenken an die 129 Opfer der Anschläge sowie die über 350 zum Teil schwer Verletzten, haben die Abgeordneten im Europaparlament in Brüssel... In Brüssel trafen sich heute auch die EU-Verteidigungsminister und sie haben laut der europäischen Außenbeauftragten Federico Mogherini Frankreichs Bitte um militärischen Beistand einstimmig angenommen. Das ist eine Premiere in der Geschichte der EU. Frankreich beruft sich auf Artikel 42 Absatz 7 des EU-Vertrages, der besagt, dass sich die EU-Länder bei einem bewaffneten Angriff Hilfe und Unterstützung schulden. Wie die nun konkret aussehen kann, das soll in bilateralen Gesprächen geklärt werden. Alexander Wolkers berichtet. Deren Unterstützung erfährt Frankreich nicht nur innerhalb der EU. Russlands Präsident Putin hat jetzt einen gemeinsamen Einsatz seiner Streitkräfte mit Frankreich gegen die Terrormiliz ES in Syrien angeordnet. Künftig sollten die Franzosen wie Verbündete behandelt werden. Ein Sinneswandel in Moskau, aber nicht nur aus Solidarität nach den Anschlägen von Paris. Der russische Geheimdienst, SFB, stuft den Absturz der russischen Passagiermaschine Ende Oktober über der Sinai-Halbinsel, bei der 224 Menschen starben, seit heute als Anschlag ein. Alexandra Jenecke mit den Einzelheiten. Ja, und auch Paris hat seine Luftangriffe in Syrien fortgesetzt. Ziel der insgesamt 16 Bombardements war wieder die IS-Hochburg Al-Araqa. Am Donnerstag soll außerdem der französische Flugzeugträger Charles de Gaulle ins östliche Mittelmeer verlegt werden, um die Schlagkraft zu verdreifachen. In den vier Tagen seit dem Blutbad in Paris hat sich die geopolitische Lage maßgeblich verändert. Erstmals übt die EU so etwas wie den innereuropäischen Bündnisfall und Russland zieht gemeinsam mit Frankreich in den Kampf gegen IS. Eine neue, breitere, internationale Koalition gegen den Terror zeichnet sich ab, in der natürlich auch die USA eine Schlüsselrolle spielen. Über den Besuch von US-Verteidigungsminister John Kerry in Paris berichtet Boris Petzold. Tja, und laut des in Sydney ansässigen Instituts für Wirtschaft und Frieden ist die Zahl der Terroropfer in der Welt 2014 sprunghaft angestiegen. So kamen im letzten Jahr 32.650 Menschen durch Terroranschläge ums Leben, rund 80 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die IS und die in Westafrika operierende Boko Haram sind für gut die Hälfte der Opfer verantwortlich. Tja, und damit sind auch die Länder, die diese Terrororganisationen unterstützen, mitverantwortlich. Die kleine Golfmonarchie Katar wird beschuldigt, den IS zumindest indirekt zu unterstützen. Dennoch war heute der Regierungschef des Landes zu Besuch in Paris. Cécile Thülier berichtet. Bei dem Integrationsgipfel, der heute in Berlin stattfand, sollte es eigentlich nur um die Gesundheitsversorgung und Pflege von Einwanderern gehen. Bis zum Jahresende werden wohl über eine Million Flüchtlinge in Deutschland angekommen sein. Schon vor den Anschlägen von Paris war die Liste der Sorgen und Nöte dieser Menschen lang. Aber angesichts des Terrors auf europäischem Boden wachsen neue Ängste. Katrin Häfele sprach mit den Menschen in einem Flüchtlingslager in Berlin-Buch. Er ist Frankreich-Liebhaber, fester Bestandteil der französischen Theaterszene und Präsident des deutsch-französischen Kulturrats. Thomas Ostermeyer, der Intendant der Berliner Schaubühne, kommt in dieser Woche mit seinem Ensemble nach Paris, um zwei Gaststücke aufzuführen. Vor der Abreise sprach er mit Moritz Wulff über seine gemischten Gefühle. Tja, und das Grauen am vergangenen Freitag begann ja rund um das Start de France, in dem gerade Deutschland und Frankreich ein Freundschaftsspiel beginnen. Und gerade erfahren wir, dass das Freundschaftsspiel Deutschland gegen die Niederlande, das heute Abend in Hannover stattfinden sollte, aus Sicherheitsgründen abgesagt werden musste. Hoffentlich können doch noch die französische Nationalmannschaft spielen, denn die Bleu wollen heute Abend gegen die Briten spielen, und zwar im ausverkauften Wembley-Stadion, das für diese Gelegenheit in den französischen Nationalfarben leuchtet. Mit diesem symbolträchtigen Bild sage ich merci und bis morgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017